Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Wir sind gerade dabei eine Kommunikation mit Benko zu führen, die scheinen Feuerwerksverkörper zu verkaufen. Wunderschöne, meine Unternehmen stellen wunderschöne Feuerwerkskörper, sagt er. Und wäre interessant eine Rakete mit einem unserer einzigen Böller zu bauen. Das klingt super, würde ich sagen. Eine Böller-Rakete zu bauen, das gefällt mir. Hier sind die Böller-Kirschbombe. Wenn die Kulturen-Rakete ausbauen würden, wäre das wirklich prima. Reden wir noch mit einer Rakete. Weißt du zufällig, wo ich die bekomme? Das weiß ich. Ich bin von einem echt Trash-Witz. Ich kenne die Klopapierrolle-Rakete kommentiert. Die hat schon nicht unter meine Klopapier-Rakete kommentiert. Das schon überrascht mich nicht. Das ist ziemlich aktiv aufs Datil. Aber sie hasst es, wenn man sie um einen Gefallen für andere bittet. Also musst du schon selbst fragen. Mach ich. Vor allem, ob es jetzt Philips noch was hat für uns. Mal versuchen wir noch so ridiculous wie möglich eine Böller-Rakete zu bauen. Oh cool. Was du fänden kannst. Blauklötze. Das hört sich doch interessant an. Das brauche ich eine tolle Rakete machen. Machen wir eine Haus-Rakete oder sowas. Das wäre bestimmt was cooles. Mal ein Haus in the middle of the sky oder sowas. Ähm, ich habe gehört, dass er ist Experten-Container. What the fuck? Wie schnell kann der schreiben? Haha, Experten. Rocket Girl. Sie übertreibt immer. Lena ist meine Schwester. Oh, die gehören zusammen. Ich hasse es, wenn sie mal drüber über mich spricht. Verstehe. Halt ein bisschen Sympathie zeigen jetzt mal, ne? Geschwisterliebe. Aber egal. Ich kenne mich wirklich gut in Sachen. Da lassen sich Müll herausfinden. Klasse. Bitte gib mir die Teile. Klasse. Aber ich kann sie dir nicht sehen. Witzig. Wollen wir das jetzt doch, dass wir das neue schaffen. Okay. Äh. Ich werde sicher nicht den Müll wühlen. Äh. Finde ich gar nicht gut. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Ich kenne den Kanal namens The Bucket. Okay. Das heißt, ich kann anmerken formieren mit größerem Arsenal. Weggeworfene Dinge betrieben, die sie über das Internet an Leute weitergeben. Sie wollen, damit die Bewusstsein encycliert wird. Oh, das klingt super. Okay. Sie hat mich verlinkt. Oh. Da sind schon Müllangeln. Willkommen beim Müllangeln. Wir haben mit eingespielt. Wie spiele ich mit? Ich werfe meine Angel aus. Okay. Wirst du geträumt. Äh. Landen, haken, was? Das ist links, sagen wir nach unten. Blub, blub. Mhm. Ich ziehe ihn an deiner Angel und sie ist angewissen. Ich ziehe meinen Fang an Land. Dreh, dreh, dreh. Eine Blechdose. Erstmal diesen Schock erholen. Komm später vorbei. Okay. Ich habe eine Blechdose erhalten. Cool. Komm mir zu. Deine Schwester hat es nie gewonnen. Klasse. Ich glaube... Das glaube ich auch. Probieren wir deine neuergattete Harte aus. Siehe diese bestimmte Lücken. Versuche, durch eine bestimmte Lücke zu fliegen. Also schieße deine Räte zum Beispiel aus dem Fenster. Das ist eine doofe... Klingt witzig. Zeig schon wieder daraus. What? Okay. Fangen wir doch mal an mit der Kirschbombe, würde ich sagen. Wo ist denn die Kirschbombe? Da ist die Kirschbombe. Ich würde ja gerne den Booster drunter setzen. Bloß der da oben ankommt, ist das doof. Wir machen einfach einen Kirschbombenflug à la... Me. Bauen. Zack. Da kommt einfach jetzt die Kirschbombe rein. Zum Start. Let's go. Puh. Feuerwerk! Über 25 Meter. Und da kommt sie wieder runter. Flug beenden. Nehmen wir es die Flugbombe, würde ich sagen. Die Flugbombe. Die... Flug... Bombe. Benko und Explosion nennen wir das Ganze. Aber wir haben da leider kein Bild von der Explosion. Schade. Laden wir es hoch. Hochgeladen, okay. Oh, das schaut wieder nach wenig Aufruf gemacht, leider. Aber 23 Abonnenten. Was willst du mehr? Fortsetzen. Land Cherry Bond. Let me see real big stuff. Ich habe eine neue Nachricht von Müllangeln. Ich werfe mal... Ich kann nochmal angeln. Cool. Also nach jedem Mal Raketen bauen kann ich angeln. Ja. Kann ich das auch vorspulen? Also es ist ja nett, dass es halt so ist, aber... Das zieht halt echt Zeit. Ich ziehe mal und fange an Land. Was kriege ich? D3D, ja. Ja. Komm. Platsch. Noch eine Bleckdose. Oh. Okay. Das war spitze. Das Team war begeistert. Schäfer zählt und die Situation. Das wäre super, verschiedene Sachen aus dem Sortiment zu testen. Da bin ich dabei. Ich denke, gerade denke, ich habe eine Rakete, Feuerwerksspektakel schaffen. Das klingt toll. Zündern, Zündern. Zeitlich abstimmen, okay. Feuerwerkskörper, okay. Dankeschön. Jetzt sagt er mir, dass ich sozusagen timen kann, oder? Genau, bearbeiten und Timing anzumassen. Das klingt sinnvoll. Ich finde das Spiel immer noch so gut. Du wirst so Step und Step reingeführt und kriegst halt... Musst dich halt sozusagen mit denen auch ein bisschen unterhalten. Ich dachte, sie geben mir nur so zu Spaß ein paar Knaller. Schreiben Sie mir sehr genau vor, welche... Okay, zumindest scheint es eine interessante Herausforderung zu sein. Vergessen Sie nicht, die Musik soll natürlich in der Luft stehen. Ich verlasse mich auf Sie. Okay. Was sollen wir bauen? Ich baue eine Kirschbombe ein. Baue einen Feuerwerkskörper ein. Zünde die Kirschbombe über einer Höhe von 60 Metern. 60 Meter wartet mindestens eine Krone zwischen der Zündung vom Feuerwerkskörper. Also als erstes der Feuerwerkskörper und dann die Kirschbombe? Also wenn ich die jetzt hier platziere, zum Beispiel. Kirschbombe... Unten dran. Wir bauen mal was komplett Bescheuertes, so. Jetzt nehmen wir Booster. Ah, scheiße. Es geht nur eine. Okay, was ist, wenn ich... Kann ich... Oh Mann, es geht sich nicht mehr aus, wie viele Teile braucht der. Zwölf. Okay, nee, so viel habe ich nicht. Äh, dann muss ich... Alter, jetzt spielt die Musik aber richtig verrückt. Kann das sein? Ich hoffe, dass das funktioniert. Und wie war das? Ich zünde... Dich nach 3 Sekunden und Dich nach 4 Sekunden, würde ich sagen. In Ordnung. Bauen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ah, jetzt kann ich... Ich kann die Startfläche auswählen. Ich will die Wiese wieder. 3, 2, 1... 3, 2, 1... 60 Meter. Wuhu! Und? Aber zurück zur Konstruktion. Habe ich nicht die Aufgabe ausgewählt? Ah, scheiße. Okay. Dann müssen wir halt nochmal bauen. Aber es hat funktioniert. So wollen wir das. Ah, ich vergesse es immer, jedem auszuwählen. Das ist scheiße. Okay, jetzt sind wir halt hier. Und ich würde sagen, nochmal Start. Wuhu! Funktioniert! Und sie ist kaputt gegangen. Ah, nee, sie fliegt zurück. Okay. Beenden. Start erfolgreich. Eine Rakete ist auch ein Stück auszulang. Ist ja okay. Äh, 177 Meter Raketenhöhe. Ähm, Herausforderung. Gewöhnlich. Na, Abschluss. Feuerwerk und Hotdog. Wir machen Feuerwerk und Kirsche und Hotdog. Feuerwerk. Hm, wir lassen es mal so. Hochladen. Verwendet gleich teilweise für ein paar Sachen einfach für ein Let's Play zu viel Zeit. Ah, den hat es nicht jetzt so getaucht, Schnell. Das brauchen tausend Abos noch. Ich mag Raketen. Needs more fuel. Yeah, no bombs are pressing. Oh. Wenn NASA lehnt. Wenn NASA lehnt sie in ihren Interview. Das passiert. What the fuck, okay? Ich habe mein Motto in einer Rakete vor. Okay, das schauen wir uns jetzt an. Guess who's back. It's me, Lena. And I'm Batman. Just kidding. It's me, Raymond Sunderman. Now, Lena. What inconceivable thing are we going to build today? Turn my bike into a rocket. Crikey. You're psychic. Great minds. Think alike. We're gonna take your bike. Make lightning strike. And turn it into a rocket bike. easier done than said. Yeah, anyway. Are you ready? Yes, I have. Three, two, one. Whoa. Oh. Groovy bike. Groovy gear. Oh. Let's get to it. Yes. Was machen die? Jetzt bin ich gespannt. Okay. Okay. Cool. Careful for the oil. Oh, wait. I can do it with my finger. Hühle, ja. Aha. Reifen raus. Bauen die so auseinander, okay? Yes, that's brilliant. Yes. Was machen die? Holy shit. Warte mal. What the fuck? Was passiert hier? You need a screwdriver. Cross or a minus thing. Woohoo. All right. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. It's alive. It's alive. Good job. I'm so proud of you. I'm proud of us. Don't do this at home. Do it at home. What the fuck is that passiert raus? All right. Welcome, ladies and gentlemen, to the first, the world's first bike rocket. I mean, is this the world's first bike rocket, do you think? I don't know. I don't know. I haven't done any research either. What the? Okay. Ladies and gentlemen, welcome to the world's first bike rocket. All right, now, this is the final part. I'm very close here. If you mess this up, it'll be the end of the world. Here we go. Final wire. I think we're going to launch it. Are you ready? Yeah. Okay, what's going on now? Okay, be very careful. Be very careful. This might blow any minute. Okay, follow me. Follow me. Okay, we've got this. We've got this. This is going to be so amazing. Now, I'm a gentleman, my lady. Would you be so kind? Thank you. Thank you, Salas. Could you give me a kind down from five? Yes. Okay. Five. 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 Three. Three. Two. Two. Ah. What? Six. No. What is this here? Okay. No, 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 no. Oh, shit. So sad. Well. Did you get that? You get that? Okay. Hmm. Können wir als neuer Ausdruck wahrscheinlich sehen. Böller-Video-Python-89, okay. Grandios, Videos auf der Webseite hochladen würde. Hätten Sie was dagegen, wenn ich das Video auf unsere Webseite holte? Natürlich nicht, schließlich haben Sie sich alles Feuerwerk gegeben. Klar, wieso nicht? Sie haben mir das Feuerwerk gegeben, klar dürft ihr das hochladen. In Ordnung. Ich habe noch mehr Feuerwerk für Sie. Ich habe noch mehr Feuerwerk für Sie. Ich habe ein Wumms dahinter. Schwerer Feuerwerkskörper. Wäre doch super, wenn Sie ein Video damit hochladen könnten. Klar, mache ich. Ich mache Wumms. Müllangeln. Jetzt geht es wieder Müllangeln, Leute. Kräftigen Schwung. Haken landet, sinkt. Blub, blub, blub. Ja, ich kriege wieder was an die Angeln, oder? Zieh meinen Fang ein. Was kriege ich diesmal? Dann drehst du die Kurbel und dreh, 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 dreh. Platsch. Fußball. Du, den Fußball nehme ich doch. Was ist das Böller-Video hier jetzt? Wow, das Feuerwerk war echt cool. Wo hast du das Feuerwerk? Benko, die verschenken es. Tut mir leid, ich bin Chefsgeheim. Die verschenken es. Danke, ich werde auch mal nachfragen. Okay. Leute, ich würde sagen, wir machen trotzdem heute noch eine Rakete. Wir machen die Fensterrakete noch, würde ich sagen. Bau mindestens zwei unterschiedliche Teile aus Teilgruppe Müll ein. Schließe eine Rakete durch das Fenster. Okay. Soll zwei Sachen aus dem Müllbereich mitnehmen. Bauen wir doch einfach so eine Rakete jetzt. So. Und mit den beiden Boostern versuche ich das so leicht schräg zu stellen. Bauen wir das. Was? Achso, warte mal. Das war nicht Müll, ne? Scheiße. Fußball. Fußball. Und zwei Tinkens. In die Tinkens kommen die Booster. Und oben drauf kommt der Ball, der sich zur Seite lehnt, damit wir das jetzt nicht bauen. Neue Rakete. Wuhu. Start. Okay. Nope. Äh, wir müssen das nochmal von vorne machen, schnell. Äh, zurück zur Konstruktion. Wir setzen dich noch weiter hier drüben. Bauen. Ich hoffe, das kippt halt dann nicht beim Losfliegen. Ist es jetzt raus? Ne. Scheiße. Och man. Nein, nein. So geht es mal Escape. Ich will es mit euch heute noch schaffen. Äh, Flugwinkel. Du hast eine seltene Errungenschaft geschafft. Nicht abgeschliffen. Nein, wir gehen trotzdem zurück. Vielleicht bauen wir einfach den Booster schräg ein. Dich noch so ein bisschen nach drüben bauen. Vielleicht bringt sich das was. Okay. Das könnte noch interessant werden. Zurück zur Konstruktion. Äh, zurück zur Konstruktion. Das schaffen wir noch, Leute. Dann halt volle Seitenschub. Bauen. Let's go. Okay, das war ein bisschen zu viel. Aber wir kommen in die Richtung. Wir kommen in die Richtung, Leute. Zurück zur Konstruktion. Wir kommen da hin. Bisschen höher. So. Bauen. Zum Start. Nein. Das war ein bisschen zu tief. Come on. Noch ein bisschen drehen. Okay. Let's go. So muss es jetzt aber passen. Zum Start. Ach, come on. Ach, come on. Nochmal zurück zum Start. Komm schon. Das schaffen wir nochmal. Noch ein Startversuch. No. Komm schon. Ich glaube, das Spiel hasst mich langsam. Oh Gott. Äh, zurück. Nein. Wir gehen wieder zur Konstruktion. Wie kriegen wir es dazu, dass es nicht mehr... Scheiße bauen. So, vielleicht. Bauen. Ich habe keinen Plan, ob sie das bringt jetzt. Ja. Es ist durchs Fenster durch. Jawohl. Wie geil. Beenden. Ungewöhnliche Texte erhalten. Instabiler Flug aufgrund von Ungleichgewicht. Das war aber auch das Ziel. Video hochladen. Doppellauf. Asymmetrisch. Und Rocket Girl. Zweifel, 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 senkrechte Teil, aber wir machen asymmetrisch Fußball. Das ist ein gutes Video. Fenster, Rakete. Video hochladen. Und? Hochgeladen, Kombination. Cool. Oh, 12.000. 92 neue Abonnenten. Wir sind schon fast bei der Hälfte auf dem Weg. Braucht mir Booster. Tough Guy Rocket. Genius. Thumbs up. Model Rockets are amazing. Mega geil. Tech Kombination. Crypto Kombination. Toilettensturz. Aber Leute, ich würde sagen, das reicht für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.